Der BMW 1er ist einer der absoluten Verkaufsschlager von BMW. In 2019 erfolgt die Markteinführung der dritten Generation. Für uns Grund genug, die letzte mit der neuen Generation zu vergleichen. Bereits auf den ersten Blick zeigt sich die neue Version sportlicher, dynamischer und moderner als ihr Vorgänger. Ein Grund dafür ist die neue Designsprache, die mit wenigen, aber sehr präzisen Linien auskommt. Die schräg angestellten Frontscheinwerfer, optional auch als adaptive Voll-LED-Leuchten erhältlich, unterstreichen den progressiven Charakter des Fahrzeugs. Besonders auffällig sticht die deutlich gewachsene Doppelniere hervor, die beim M135i im Mesh-Design anstelle der klassischen Nierenstäbe verbaut wird. Die markanten Lufteinlässe unterstreichen die sportliche Erscheinung des Fahrzeugs. In der Seitenansicht des BMW 1er erzeugt die fließende Dachlinie mit dem kompakten, sogenannten Greenhouse, eine keilförmige Optik. Das Augenmerk der BMW-Designer galt auch den BMW-typischen Markenzeichen, wie der deutlich nach vorwärts drängenden Frontpartie. Und nicht zuletzt den beeindruckenden 19 Zoll Leichtmetallrädern, die erstmalig als Option erhältlich sind. Der BMW 1er bietet seit jeher eine markante, unverkennbare Heckansicht. Besonders auffallend sind die neuen Heckleuchten. Sie zeichnen sich durch eine zweiteilige L-Form aus und sind optional mit LED-Leuchten erhältlich. Die dritte Generation des BMW 1er zeigt sich mit einer deutlich ausgeprägten Schulterpartie, die dem Fahrzeug einen breiten Stand auf der Straße verleiht. Schauen wir uns aber jetzt einmal das Nachtdesign der beiden Modelle an. Ein wirklich tolles Feature ist die LED-Projektion. Werfen wir nun einmal einen Blick ins Interieur. Die dritte Generation präsentiert sich mit einem neuen, attraktiv gestalteten Armaturenbrett und hochwertigen Materialien. Gleichfalls neu ist das optionale BMW Live Cockpit Professional mit einem nahtlos digital integrierten Anzeigenverbund, einem neuen Navigationssystem und dem BMW Operating System 7.0, dank dem sich die Personalisierung und Funktionalität signifikant steigern lassen. Ebenso wie die G-Stick-Steuerung oder der BMW Intelligent Personal Assistant, die beide optional erhältlich sind. Hallo BMW! Hallo, was kann ich dir helfen? So lassen sich die Funktionen des Autos ganz leicht durch Sprachbefehle steuern. Die neue BMW Design Sprache im Interieur bietet Bedienelemente mit klar strukturierten und übersichtlichen, funktionalen Einheiten. Erstmals erhältlich im BMW 1er ist ein großes, vollfarbiges Head-Up-Display. Ebenso wie die optionalen M-Sport-Sitze. Ein weiteres Highlight der dritten Generation sind die hinterleuchteten Dekorleisten. Trotz fast identischer Ausmaße im Vergleich zum Vorgänger, wartet der neue BMW 1er mit spürbar mehr Raumangebot auf. Die Passagiere im Fond genießen 19 mm mehr Kopffreiheit und zusätzliche 33 mm Kniefreiheit. Und besonders auf den Fondsitzen macht das erstmals verfügbare Panoramaglasdach die Fahrt zu einem noch größeren Genuss. Der neue BMW 1er besticht durch sein hochemotionales, ästhetisches Design und modernste Konnektivität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017